Heute packen wir im Podcast ein paar alte Beefy-Rolls aus und klären in unserer privaten Snacks und die folgenden Fragen. Welcher der Archäologen hat der alten Dame über die Straße geholfen? Können wir den Merkoreanern den Weg durch die Galaxie zeigen? Lag es an den fettigen Fingern oder am falschen Eingabegerät, dass manche Minispiele zu schwer waren? Was ist an Ansbach eigentlich so besonders? Das alles und noch ein bis zwei Snacks mehr gleich nach dem Entropen. Auf Bibi! Heute geht es, wie ihr schon gehört habt, um Beefy-Roll-Snack-Zone. Und Fjald, wenn ich dich jetzt frage, wie viel Bock hast du auf so eine nicht sonderlich gut schmeckende Würstchen, ein nicht sonderlich gut schmeckendes Brötchen jetzt gerade so spontan, ab dem du das Spiel gespielt hast? Ach, man muss ja alles mal ausprobieren. Ich habe tatsächlich überlegt, habe ich das irgendwann mal aus Versehen gekauft und gegessen? Aber ich bin immer bei den günstigen Nachmachprodukten, glaube ich, von Beefy hängen geblieben. Aber die schmeckten wahrscheinlich genauso. Aus wissenschaftlichen Gründen würde ich es probieren, aber muss auch nicht sein. Ich bin auch am überlegen, also damals, ich weiß noch, als Kind fand ich Beefy toll. Irgendwie, wenn du so beim Fußball spielen oder so war es, dann gab es ab und zu, irgendwer hatte dann vielleicht mal Beefy mitgebracht, fand ich immer total toll, wenn es da mal eine Beefy gab. Aber Beefy-Roll, diese Beefy in diesem komischen Würstchen, also was ja irgendwie ein schlechter Hotdog ist, hat mir nie so gefallen. Aber gut, es geht heute um Beefy-Roll. Das zweite Spiel, wo Art Department mit dabei ist. Fjald, weißt du noch, welches das erste Spiel war? Ja, keine Ahnung. Das Moohun. Das hätte ich wissen müssen. Ach, verdammt. Naja, okay. Aber das kam später. Und zusätzlich war da noch Touch of Magic mit beteiligt. Das Spiel kam 1993 raus und ist für DOS und für Amiga erschienen. Das Spannende ist ja, als was würdest du es beschreiben? Also wenn man dich jetzt kurz fragt, Fjald, was hast du in Beefy-Roll-Snack-Zone? Kannst du das Spiel in 30 Sekunden oder weniger zusammenfassen? Also ich glaube, es möchte so eine Art Adventure sein, aber kein Point and Click, sondern ein mit Joystick-Rumlauf und Stadterkund-Adventure. Also ich würde es unter Adventure packen, aber ich weiß nicht, ob das der Anspruch der Entwickler war. Ich würde es auch jetzt unter Adventure ablegen und mich hat es auch mega irritiert, ich hatte komplett vergessen. Dieses Spiel steuerst du mit dem Joystick. Das ist halt schon merkwürdig. Und was mir so ein bisschen beim Adventure abgeht, ist, du kriegst zwar regelmäßig Gegenstände, indem du irgendwelche Aufgaben für irgendwelche der Leute dort erfüllst. Du musst aber nie irgendwie Gegenstände kombinieren. Also das ist ja das, was einem dort fehlt. Also das Gegenstände kombinieren oder du musst den richtigen Gegenstand der richtigen Person geben. Sondern hast du einen Gegenstand, den eine Person haben möchte, die dir sozusagen eine Aufgabe gegeben hat, dann wird das auch immer über die Textoptionen angezeigt. Und quasi dieser Teil des Adventures, dieses Kombinieren, dass du sozusagen rausliest, dass der eine sagt, mir fehlt ein Hammer und du findest irgendwie ein komisches Metallteil und einen Stock. Und du packst sie zusammen und gibst ihnen dann den Hammer, so damit er sich selbst auf den Daumen haut und so. Nee, das gibt es ja nicht. Aber ich würde halt schon sagen, das ist ein Adventure. Halt ein bisschen merkwürdiges Adventure, weil also die Joystick-Steuerung war für mich gewöhnungsbedürftig. Es hat ja auch so ein paar Action-Elemente, also es hat ja auch ein paar Minispiele, kommen wir nachher noch drauf. Die ganze Geschichte kurz zusammengefasst, das Bifi-Rezept ist weg. Das ist schlecht, weil unser Held mag Bifi total gern. Wir wollen es wiederfinden. Und wir sind in Bifi-Town unterwegs. Wurde die Stadt überhaupt irgendwo im Spiel benannt? Nee, es gibt Straßennamen, die alle auf andere Städte hinweisen. Aber in welcher Stadt wir da tatsächlich unterwegs sein sollen? Nee, ich glaube, das wird... Nee. Nee, also es gibt so ein paar Schriftzüge, aber das... Nee, das hilft ja nicht wirklich weiter. Es gibt eine U-Bahn. Und es ist eine Stadt mit einer U-Bahn. Das grenzt vielleicht... Das kann sich schon mal ein bisschen ein. Wir spielen auch keinen namenlosen Helden, sondern unser Held heißt Lukas. Und wir haben keine Ahnung, in welcher Verbindung er zu Bifi steht. Ob er offiziell beauftragt wurde, das Rezept zu finden, oder ob das jetzt seine private Mission ist. Ich glaube, er mag einfach Bifi-Roll, um die es ja auch hier geht. Es geht gar nicht um Bifi, sondern um die Bifi-Roll. Ja, richtig. Man muss erwähnen, die ist damals erschienen. Und was haben wir noch gar nicht erwähnt, Fjalk? Was für eine Art Spiel war das? Wie hat man das Spiel bekommen? Das ist doch eine gute Frage. Also ich hab erst... Wir haben ja im Vorfeld drüber geredet. Lass uns doch mal so ein Werbespiel machen. Ich hatte noch irgendwie im Kopf, ja, ich hab irgendein Bifi-Spiel gespielt. Aber ich glaub, das war ein Jump'n'Run, keine Ahnung, irgendwas. So, dann haben wir uns auf dieses Jahr geeinigt. Und ich hab das gestartet und dann kam das Interface und ich dachte, Mist, ich kenn das. Ich kenn das wirklich. Oh nein. Und dann bin ich ein paar Schritte mit Lukas gelaufen und dachte, ach, das ist... Doch, ich kann mich erinnern, das hab ich gespielt. Das hab ich tatsächlich gespielt. Dann ja in unser Vorbereitungsdokument ein Bild von der Diskette gepackt. Und ich hatte die. Ich hatte die Original-Diskette. Ich weiß aber nicht mehr, woher. Also die Original-Disketten gab's damals, Beefy Roll wurde damals rausgebracht. Und das war halt sozusagen mit ne begleitende Werbekampagne. Die Original-Disketten hat man damals teilweise so bei Events bekommen. Also die standen dann wohl so rum, wie teilweise heutzutage Red Bull bei Veranstaltungen. Also da standen die dann irgendwie mit ihrem kleinen Beefy Roll-Wagen. Du konntest wahrscheinlich irgendwie drehen, dann hast du vielleicht so ne Packung Beefy Roll gewonnen und konntest vielleicht auch die Diskette bekommen. Und wie sorgt man dafür, dass die Jugendlichen, die man gerade so schön angefixt hat mit dem Spiel Beefy Roll kaufen? In den Multipackungen von Beefy Roll gab es Tipps zum Spiel. Das wird auch im Spiel, wenigstens bei dem Kiosk, immer wieder erwähnt. Aber ich hab's nicht kapiert. Ich dachte, dass es geht um, wenn ich das Ingame kaufe, dann krieg ich einen Tipp. Und es hat nicht funktioniert. Ich war ein bisschen frustriert. Also was so ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, du hast mehrere Balken, Energiebalken hast du. Du hast einen Emotionsbalken und einen Snackbalken. Man redet halt regelmäßig mit Passanten. In der Regel passiert das, indem man sozusagen zu ihnen hinläuft. Dann fängt, wenn man mit ihnen reden kann, eigentlich automatisch das Gespräch an. Und man hat teilweise so mehrere Optionen. Und gleich zu Beginn triffst du zum Beispiel eine alte Dame, die möchte über die Straße. Und du kannst sagen, nee, hab keine Zeit. Oder du kannst sagen, selbstverständlich gerne. Und so ein genereller Tipp, falls ihr das Spiel heute zu Tage nochmal spielen wollt, nehmt immer die nette Option. Weil sonst geht euer Emotionswert runter. Sehr häufig ist es so, wenn du so Leuten hilfst, dann kriegst du entweder einen Gegenstand, den du für eine Quest brauchst. Oder du kriegst Geld. Und Geld kannst du zum Beispiel dafür ausgeben, dass du dir am Kiosk oder am Supermarkt Beefy holst. Du kannst nämlich vor allem Energie verlieren. In dieser Stadt, deren Namen wir ja nicht kennen, die aber zu den Straßen kommen wir nachher noch, sind halt ein paar Verkehrsrodis unterwegs, so würde ich das sagen. Wir haben den assigsten Ferrari-Fahrer und assige Motorradfahrer, die dir sonst nämlich ordentlich Lebensenergie kosten. Den kannst du ausweichen. Hast du mitgekriegt, wie man den ausweicht? Ja, ich hab dann versucht, schnell wieder zu irgendeiner anderen Querstraße zu kommen, in der ich dann verschwinden kann. Meine erste Intention war ja, Moment, wenn ich da schon mit Joystick spielen muss, dann kann ich doch bestimmt irgendwie springen. Ich springe einfach über den Wagen rüber. Aber es hat nicht funktioniert. Also man kann nicht springen. Ne, springen geht nicht, aber es reicht eigentlich, wenn der Wagen auf dich zufällt. Gibt es zwei Möglichkeiten, dem auszuweichen. Entweder, wenn du gerade in der Nähe einer Seitenstraße bist, geh in die Seitenstraße rein. Das war schon meine Strategie. Oder drück, bevor der Wagen zu dir kommt, den Joystick nach oben oder unten. Also sprich, dass Lukas von dir wegguckt oder zu dir hin. Das hat bei mir nicht funktioniert. Das hab ich auch ein paar Mal probiert. Also entweder hab ich das zu spät gemacht. Ich weiß es nicht. Also ich hab trotzdem immer Lebensenergie verloren. Ja, nee, nee. So hab ich es geschafft, dass ich nicht wirklich mehr Lebensenergie verloren hab. Oder zumindest spürbar weniger. Aber was macht man, wenn man Lebensenergie verloren hat? Man kauft Beefy Snacks. Ja. Und so schließt sich der Kreis. Aber wir müssen noch erwähnen, man kann auch andere Sachen kaufen. Ich find das sehr schön. Also gleich am ersten Kiosk, der Kiosk-Händler sagt, möchten Sie, find ich total geil, wir sind ja Lukas ein Jugendlicher, der Kiosk-Händler sieht's uns erst mal. Also Ansprache in dem Spiel, find ich, haben sie nicht ganz verstanden. Das Publikum hätte ich auch in den 90ern schon erwartet. 93, find ich, hätte man auch schon die Jugendlichen duzen können. Aber gut. Möchten Sie die Nummer 1 unter den Snacks oder lieber einen anderen? Und dann kriegst du halt eine Auswahl. Du kannst Beefy Roll, äh, nee, Beefy Mini Salami, Beefy Roll, Beefy Light, Beefy Peperami, Beefy Jumbo, Snickers Schoko, Venus Schoko, Blaupause oder Danke Nichts kaufen. Die haben auch unterschiedlichen Geldpreise. Du hast auch nicht unendlich Geld, aber zum Beispiel hilfst du dieser alten Frau über die Straße, das ist erst mal ein paar Taler. Eine Frage noch. Dieses Blaupause, ist das auch was zu essen gewesen? Weil ich hab's einmal gekauft und dann hab ich bei mir im Inventar geguckt, ob ich jetzt irgendeinen Plan oder sowas gekriegt hab. Nee, das weiß ich ehrlich gesagt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hab immer nur mir gedacht, ja komm, wenn du Energie wieder herstimmst. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich war das nämlich so eine Abwandlung von Lila-Pause. Und das, ja, aber das ist mir auch erst zu spüren, dann hab ich's dann, also, es bringt wahrscheinlich sowieso am meisten Lebensenergie, wenn man, wenn man Bifi-Sachen kauft oder so. Es ist ja auch Sneakers Schoko und nicht Snickers und Venus statt Mars. Ah, bei dem entsprechend. Okay. Das hatte ich jetzt nicht hinterfragt. Ja, auf diese Lila-Pause kam ich zum Beispiel nicht. Du kriegst auch nicht überall die gleichen Snacks. Aber gesagt, also sonst, mehr oder weniger ist ein Adventure. Du, du kriegst halt, du willst halt ja irgendwie dieses Rezept haben, du kannst durch die Stadt laufen, da kannst du entweder sozusagen einzelne Straßen ablaufen. Es gibt zum Beispiel auch so einen Touristpunkt und was ich mir jetzt wirklich gemacht hab, da ich mir die Straßen am Monderen Zusammenhang einfach mal überhaupt nicht merken konnte, hatte ich mir direkt zu Beginn meinen Screenshot gemacht von diesem Straßensystem und hab dann irgendwann den Screenshot einfach stumpf auf dem zweiten Monitor einfach die ganze Zeit aufgehabt, damit ich, wenn ich wusste, ah, war der da oder da, dann konnte ich dann immer dahin. Und hat trotzdem alles nicht unbedingt so hundertprozentig geklappt, weil ich natürlich mir auch häufig nicht merken konnte, auf welcher Straße waren. Aber wenn ich dann wusste, ich bin in der Snack Street und ich will zur Baker Street, dann wusste ich, gut, du musst entweder durch die Fifth Avenue oder durch die Route 66 über die Königsallee, die Königsallee komplett runter und dann kannst du in die Baker Street. Also ich hab mir irgendwann dann nur noch diese beiden großen Querstraßen gemerkt, Königsallee und das andere Schüler vergessen. Aber ich wusste, wenn ich auch einer von der bin, dann komm ich in die meisten anderen Straßen rein, mit Ausnahme von ein oder zwei und dann, dann ging das irgendwie, dann bin ich eben so lange rauf und runter gelaufen, bis ich die richtigen gefunden hab. Also so ein Tipp, würdet ihr heutzutage so ein Spiel machen, benutzt irgendwas, damit man sich immer die Karte angucken kann, damit man das nicht nur an bestimmten Punkten machen kann. Vielleicht geht das auch, ich hab's nicht rausgekriegt, weil eigentlich sagt einem das Spiel ja eigentlich, wie es funktioniert. Du sagst auf dem ersten Screen, sagt er, wer du bist, wie du dich steuerst, was los ist und wo du Snacks kaufst. Ja, das ist das Wichtigste. Und es gibt dann schon so ein paar Hinweise, was man machen soll. Also man läuft eigentlich zu Beginn so ein bisschen rum, versucht immer diesen Autos und Motorrad dann auszuweichen. Einfachste Strategie ist immer, wenn du gerade an der Kreuzung bist, geh einfach die andere Kreuzung runter und komm wieder zurück. Red einfach immer mit jedem, den du dort triffst, weil jeder, der in diesem Spiel irgendwie unterwegs ist, so gut wie jeder, irgendwo brauchst du ihn. Sei es entweder, dass du ihm irgendwas bringst, um ein paar Taler zu kriegen oder sei es, dass er ein Questgegenstand für dich hat. Also wir brauchen jetzt auch nicht das komplette Spiel jeweils durchgehen. Was ich aber eigentlich schön fand, ist so in dieser Stadt, der Namen, wir ja nicht wissen. Also es gibt da einen Fluss, der heißt Rio Grande. Ah, diese Stadt ist wirklich, lass uns mal kurz über die Namen reden. Also wir starten in der Snack Street, die ist ja recht unspezifisch. Dann gibt's den Dammtor Wall. Da bin ich gefühlt eher in Hamburg. Dann gibt's die Fifth Avenue. Da bin ich in New York. Die Route 66. Ich bin einmal komplett in Amerika, von Ost zur Westküste. Die Königsallee, ja, ziemlich deutscher Name, die gibt's glaube ich fast überall. Ich glaube, in Düsseldorf gibt es eine sehr berühmte. Dann gibt's den Strip. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich hätte jetzt Las Vegas gesagt. Könnte man sagen. Dann gibt's die Baker Street, definitiv London. Und es gibt die Eiberstraße, wo das Bifi-Werk ist. Wahrscheinlich ist es da. Oder die Entwickler hatten da ihr Büro. Ich weiß es nicht, aber das klingt so, das ist so aus der Reihe. Wahrscheinlich gibt es die tatsächlich und aus irgendeinem Grund ist die entweder für Bifi oder die Entwickler wichtig gewesen. Kann auch sein, dass es irgendeine ganz, ganz total berühmte Straße irgendwo auf der Welt ist, in der ich einfach noch nie was gehört habe. Was ich komplett vergessen habe, nachzugucken, ob da eventuell Bifi saß. Kein Kein. Das wäre natürlich mal der Hit. Es scheint, als wäre die Eiberstraße in Ansbach nicht ganz unwichtig für das Bifi-Universum. Da sitzt nämlich Bifi. Ah, siehst du. Also der Hersteller, die LSI Germany GmbH. Das wussten wir natürlich alle, weil, sind wir mal ehrlich, wer weiß nicht, Ansbach kennt jeder und natürlich die Eiberstraße in Ansbach. Also wir sind ein Metropolit, kann man ja sagen, in diesem Spiel. Also in jeder Stadt, in keiner. In diesem kleinen Städtchen gibt es auch eine U-Bahn, die gefühlt in fast jeder Straße hält. Ja, und die unglaublich teuer ist. Die ich trotzdem teilweise benutzt habe, weil ich keinen Bock hatte, mehr die ganzen Städtecken runterzulaufen. Irgendwie von der von der Baker Street, wenn ich dann zum Damptorwall wollte. Oh ja, echt. Ich habe sie einmal aus Versehen benutzt, weil ich nicht rausbekommen habe, wie ich diesen blöden Automaten wieder verlassen kann. Man kann den Automaten verlassen? Ja, ja. Also man kann ihn, also man kann ja, man geht da hin, in die U-Bahn und dann dauert der Automat auf und ich habe nicht rausbekommen, wie ich jetzt wieder zurück auf die Straße komme. Das geht doch, indem du die Straße auswählst, bei der du reingegangen bist, oder? Oder hast du es anders gemacht? Nee, ich habe, ach, das, das hätte vielleicht klappen können. Ich bin einfach, habe einfach nur noch runtergescrollt und irgendwann dachte ich, ja, ich möchte gar nicht und habe dann natürlich, wie man das heute so macht, auf dem Gamepad B gedrückt, weil es jetzt nichts passiert und mit Escape hätte ich nur den Emulator schließen können. Ja, dann musste ich eben mal für 19 Taler irgendwo hinfahren, wo ich gar nicht hin wollte. Nee, die Preise, die dort stehen, sind nicht die Preise für die Fahrkarte. Da bin ich mir ganz sicher. Meinst du, die schreiben da andere Preise hin, als das auch noch bezahlt? Ja, aber das sind nicht, nee, ich bin häufiger Uhren gefahren und so viel Geld machst du ja im Spiel nicht, dass ich das dann hätte bezahlen können. Na gut. Das ist nur irgendwie eine Nummer, die du dort angibst. Wahrscheinlich ist es die Hausnummer, wo du rauskommst. 10 Königsallee, 13 auf der 5th Avenue, 17 Black Street. Aber das ist jetzt mal nur ein good guess, weil da habe ich tatsächlich gar nicht so drauf geachtet. Worauf ich aber geachtet habe, ist die Musik. Und die Musik gefilmt mit dem Spiel eigentlich total gut. Auf die Musik möchte ich nachher auch noch bei den Personen zu sprechen kommen. Es gibt einen Teil, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, man reist später auch in die Zukunft. Da kommen wir auch noch mal ganz kurz drauf. Weil man stellt irgendwann fest, so ey, hier, das bringt alles nichts. Wenn man dann genug Sachen gemacht hat, dann erfährt man in der Bar, wo der jugendliche Lukas auch rein darf und an einem Automaten spielt. Also eigentlich muss Lukas mindestens 18 Jahre alt sein, weil Automaten spiele, so in der Kneipe. Da erfährt er, wie er Zeitraum macht. Und da muss man nämlich in die U-Bahn und dann muss man die Nummer übers Nummern-Pad eingeben. Total geil. Das hat Ewigkeiten gedauert, bis ich drauf kam. Also sonst, die meisten Aufgaben, die du so kriegst in diesem Spiel, sind recht einfach. Also du kannst zum Beispiel einer Mutter mit Kind helfen. Kind ist, nicht im Rollstuhl, hier im Kinderwagen und hat den Schnuller irgendwo verloren. Du weißt, mussten die so in einer anderen Straße sein. Du findest den Schnuller, wandert automatisch in seinem Tas. Nächstes Mal, wenn du zu einer guten Frau zurückkommst, kannst du sagen, hier ist dein Schnuller oder du kannst sagen, hey, ich habe deinen Schnuller gefunden, aber das kostet. Wie gesagt, nehmt immer die freundlichste Variante, weil die Frau bedankt sich und gibt einem dann fünf Taler, was schon eine ganze Menge ist. Genau, man kriegt nämlich mehr Geld, wenn man nett ist, als wenn man sagen könnte, ich will ja drei Taler. Also, was lernen wir daraus? Da lernt man was fürs Leben. Ich komme auch gleich zu einem Punkt, wo man auch sagen könnte, wenn man das als Learning fürs Leben daraus zählt, vielleicht nicht ganz so gut. Man reist irgendwann in die Zukunft, da fand ich die Musik halt sehr anstrengend. Aber es gibt noch eine Stelle, wo ich die Musik total geil fand und wo ich mir nicht sicher bin, ob sie das durften und ich kenne nicht, wie die Firmen zusammengehört haben. Man geht halt zwischendurch ins Kino. Einerseits, um eine Kinokarte zu kaufen. Die braucht man nämlich dann später in der Zukunft, um dort Geld zu bekommen. Nee, man bekommt dort ein seltenes Ersatzteil für die Zeitmaschine, damit man die wieder benutzen kann, um wieder in die Gegenwart zu kommen. Aber was viel wichtiger ist, in diesem Kino ist unter anderem dieser Kondomautomat. Du kannst dort auch einen Lippeneistee kaufen, den brauchst du zum Beispiel für einen Bauarbeiter. Aber in diesem Kino hast du halt auch Musik. Und das ist 100 pro, eins zu eins, die Like Ice und das ist Schein-Schein-Werbung, also die Eis-Werbung für Langnese-Eis. Und da frage ich mich, entweder gehören die Firmen zusammen oder haben die es einfach nur als Gag reingebracht und sich gedacht, ach komm, die werden sich schon nicht beschweren. Also ich muss doch erst ganz genau hinhören, weil da liegt noch eine andere Melodie oder ein anderer dominanterer Rhythmus drüber. Ja, also ich muss doch zweimal hinhören, bis ich das rauskomme. Ja, aber ich fand es total geil. Vor allem, wenn du es einmal gehört hast, dann hörst du es jedes Mal. Ich meine, passt ja auch. Ja, natürlich. Ich will da auch nichts anderes sagen. Also das passt wunderbar und also gerade zum Kino und so, weil selbst heutzutage ist es ja immer noch so, du bist im Kino, siehst dann irgendwann die Werbung und dann kommt auf einmal die Eis-Musik und dann weißt du, cool, jetzt Werbung gleich vorbei. Jetzt gehen wir alle doch mal aus dem Kino raus und holen uns ein Eis. Ja, sicherlich. Achso, überhaupt erst mal die erste Frage, Fjalk. Hast du eigentlich direkt zu Beginn der alten Frau über die Straße geholfen oder hast du dir angefangen zu helfen? Ich habe zwei Anläufe geholfen. Beide Male habe ich dir natürlich über die Straße geholfen. Nur beim ersten Mal habe ich gedacht, ich sage jetzt einfach, na klar, helfe ich dir über die Straße und dann gehe ich eben schon mal vor. Aber das zählt, finde ich. Man muss ganz langsam wie wir hierher laufen und dann sagt sie, dass man das ganz toll gemacht hat und gibt einem ein bisschen Geld. Ja, genau. Aber ein bisschen Geld und das kann man gleich in Beefy Roll am Kiosk investieren. Top Sache. Ich glaube, die gehören zusammen, die alte Frau und der Kioskbesitzer. Das ist so. Das ist sehr in Masch. Ja, ja, die und der Ferrari-Fahrer. Weil es ist ja jedes Mal, wenn du der alten Frau über die Straße hilfst, kommt ja dieser Ferrari angefahren und meistens bist du dann mitten auf der Kreuzung. Was bedeutet, du kannst dem auch nicht ausweichen, weil wenn du es machst, du bist auf der Kreuzung und dann gehst du in die andere Straße, hast du die Quest verkackt. Auch generell ist es so, falls man mal zum Beispiel auf dem NPC zuläuft und der gibt einem irgendeinen Text und man antwortet nicht so, dass es weitergeht und denkt sich, ah, scheiße, dann muss man immer erst einmal diese Straße verlassen und wieder rein, um mit den Leuten wieder interagieren zu können. Das kann man auch teilweise so ein bisschen ausnutzen, aber ja, ich habe natürlich auch immer der alten Frau über die Straße geholfen. Beim zweiten oder dritten Anlauf war es dann auch erfolgreich, weil ich habe das Spiel jetzt tatsächlich mehr als einmal durchgespielt. Es hat jemand fast bei den Screenshots falsch gemacht, beim ersten Durchspielen und das ist erst ungefähr nach der Hälfte des Spiels aufgefallen. Weswegen diese Person das Spiel nochmal machen durfte, um nochmal die Screenshots aufzunehmen. Über die Schleichwerbung für Bifi haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. An einer Stelle fand ich das total geil, du hilfst so einem Agenten, also was heißt, du hilfst einem Agenten? Irgendwo ist so ein Agenten da so, ey, kannst du mir einen Gefallen tun, bring den Koffer zu dem und den Typen und das machst du und der gibt dir eine Parole mit und natürlich ist das was wieder in Bezug auf Bifi-Roll. Also noch unoffensichtlicher konnte man es natürlich nicht machen. Ich fand das Spiel war schon immer sehr deutlich da drin, einem zu sagen, hey, ich bin ein Werbespiel für Bifi. Also, aber das ist ja auch die deutsche Werbespiel-Tradition, also bei den Kellogg-Spielen war das ja, bei Tony and Friends in Kellogg's Land oder so, es war ja das Gleiche, dass da die ganze Zeit irgendwie, dass dir da gesagt wurde, wie toll Kellogg's schmeckt und wie toll die anderen Kellogg's-Fuchse sind. Ich meine, das ist ja auch Sinn und Zweck eines Werbespiels, weil wie gesagt, in der Regel hat man das kostenlos bekommen und auf dem offiziellen Zettel, wenn du also da die Original-Diskette hattest, die ich definitiv nicht hatte, da stand sogar auch Snackzone ist Freeware, das heißt auch viel Spaß beim Kopieren für Freunde, Bekannte und Verwandte. Fand ich aber, fand ich aber toll, also, dass sie das kostenlos gemacht haben. Was ich auch spannend fand, also ich weiß, damals, da war ich 93, warte mal ganz kurz, da weiß ich, habe ich mich auch mit meinen Kumpels in der Schule, haben wir das und dann auch darüber geredet, wie man halt irgendwie bei irgendwelchen Quests weiterkommt. An sich, aus heutiger Sicht, würde ich sagen, eher einfach, die Quests an sich, aber man muss trotzdem erstmal drauf kommen und dann ging es so eigentlich. Bestes Beispiel, du triffst dort drei Jungs, die mögen Rollerskates total. Rollerskates, müssen wir das jetzt erklären? Ich hatte jetzt, ich hatte jetzt eine bescheuerte Erklärung gerade, das ist so ähnlich, das ist so ähnlich wie Rollschuhe, was ist denn Rollschuhe? Nee, wenn ihr nicht wisst, was Rollerskates sind, hört euch am besten unsere California Games Folge an, da reden wir über das Rollerskate Minispiel und da findet ihr auch, wie auch zu diesem Spiel, Bilder, Videos und Texte auf unserer Webseite unter www.spielearchäologen.de Das war jetzt auch ein bisschen Schleichwerbung für unsere Webseite in unserem Podcast, dürfen wir aber auch. Nee, und die sind halt total Rollerskates besessen. Was macht man also? Man läuft hin und her und hin und her und trifft irgendwo ein Mädel, was außerdem nur als das blonde Mädel irgendwie bekannt ist in dem Spiel und die hat Rollerskates, die will sie uns aber nicht geben. Was muss man also machen? Man muss diesem Mädel muss man Schmuck erstmal schenken. Ich glaube, das war Ohrring und Kette. Kette? Ja. Diese kauft man bei einem überhaupt nicht zwielichtigen Straßenhändler. Immer die beste Idee, Schmuck auf der Straße bei Straßenhändlern zu kaufen. Das kann nur klappen, aber es reicht, um dieses junge Mädchen zu beeindrucken. Was lernen wir also daraus? Frauen kann man und das ist ein deutsches Spiel in dieser Zeit grundsätzlich so, um das Herz einer Frau zu gewinnen, schenkt ihr Wertsachen. Das war schon bei MadTV so und das nimmst du als Learning mit. Ja, aber ich weiß nicht. Also später schenkst du dem Mädchen auch noch eine Schaltplatte. Das ist irgendwie die neue Single von ihrer Lieblingsband und dann leiht sie ihr ihre Rollschuhe. Du kannst sie alternativ auch noch nach einem ich weiß gar nicht fragen, ob sie was mit dir trinken geht oder so. Ich wusste ja, dass ich die Inline-Skate-Dinger da brauche. Deswegen habe ich das nicht gemacht, aber es war so total bescheuert. Also hier, ich habe hier Ohrringe für dich. Kriege ich jetzt deine Inliner? Nein! Hier, ich habe eine Kette für dich. Kriege ich jetzt deine Inliner? Ja, später vielleicht. Also eigentlich ein total bescheuertes Gespräch, das man mit dir führt. Man hat ja eine Mission und es geht ja nicht darum, dass man die Frauen in der Nähe kennenlernen will. Also das kannst du ja auch erzählen, dass du auf der Mission bist, das Geheimnis. Ja, 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 ja. Also später hätte ich doch gedacht und jetzt dreht sie rum und verschwindet aus dem Spiel und redet nicht mehr mit uns. Ja, aber das ist alles. Ich muss das Bifi-Rezept finden. Ich bin auf einer Mission. Hörsich noch nicht. Immerhin erzählst du ihr nicht, dass du Kondome gekauft hast. Ist ja auch schon mal was. Ja, nur um in den Laden da reinzukommen, der, glaube ich, für die Hanson überhaupt nicht wichtig ist. Nee, in der Zukunft musst du da nämlich auch noch mal rein. Da bekaufst du nämlich die alte Kinokarte. Und dann kommen wir vielleicht auch zu einem der Kritikpunkte, würde ich sagen, an diesem Spiel. Du kannst mit diesen Rollerskates dann gegen die Jungs antreten. Ja. Also ich habe die ganze Zeit über bis dahin habe ich die ganze Zeit das Spiel mit meinem ganz normalen Sidewinder-Gamepad gespielt. Und das ging total gut. Also ja, ich konnte oben unten war da irgendwie durcheinander auf der Steuerung. Ich musste dann über D-Pad oben unten auswählen, damit das sicher funktioniert. Aber dann kommt dieses Rollerskate-Minispiel und ich habe nach einem dritten Versuch habe ich das Spiel beendet, habe mein Competition Pro-Joystick angeschlossen, habe das Spiel wieder geladen, habe von dort weitergespielt, weil bei diesem Rollerskate-Spiel geht es eigentlich nur darum, dass du schnell genug rechts und links wackelst. Ja. Und mit dem Competition Pro habe ich es dann im zweiten Versuch direkt geschafft. Meilenweit Abstand gewonnen. Also mit dem Gamepad habe ich es nicht hinbekommen. Wie ging es dir bei dem Minispiel? Ja, ähnlich. Also ich habe es mit dem Steuerkreuz auf dem Gamepad versucht. Das ging irgendwann, aber ich habe eben den Balken nie vollgekriegt und dementsprechend auch nicht gewonnen. Und ich weiß, ich habe es damals, wenn ich es auf dem Amiga gespielt haben sollte, ich bin nicht ganz sicher, weil da habe ich es auch tatsächlich schon auf dem PC gespielt. Aber für den Amiga hatte ich immer diese, wie hieß der, Quickjoy oder so, die einfach sehr, ich sage jetzt nicht billig, verarbeitet, aber eben sehr praktisch für solche Art von Spielen. Ich habe sie einfach quer genommen und so lange geschüttelt, bis ich dann eben die Geschwindigkeit drauf hatte. Das hat mal sehr gut funktioniert. Ich habe dann auch mindestens einen pro Jahr verbraucht, weil das eben nicht sehr gesund für diese Teile war, aber die haben, glaube ich, 20 Mark damals gekostet. Das hat man dann irgendwann über das Taschengeld dann wieder reingehabt. Das ging schon. Solche hatten wir auch, aber wir haben solche, also auch das haben wir damals garantiert mit einem unserer Competition Pros damals gespielt, weil die waren einfach ein Stück robuster. Und da konntest du auch total gut diese schnelle Rechts-Links hin und her schwenken, konntest du das eigentlich total gut machen. Das Minispiel ging dann, die Minispiele an sich sind aber, also die sind so ein bisschen der Punkt, wo ich mir aus heutiger Sicht denke, hast du das Spiel damals überhaupt durchgespielt? Also ich weiß, wir haben damals teilweise auf dem Pausenhof Tipps ausgetauscht. Es gab damals teilweise auch Tipps in PC-Zeitschriften oder in Computerzeitschriften. Wie gesagt, man konnte wohl auch über die Bifi-Multi-Packs konnte man wohl auch an Tipps und Tricks rankommen. Das Minispiele Rollerskates, ja, das war schon, fand ich ein bisschen tricky. Dann konntest du in der Bar, damit du den Code für die U-Bahn kriegst, um in die Zukunft zu reisen, konntest du dort so ein Aufdeckspiel sozusagen machen. Da hattest du so eine riesige Anzeige und da sind so vier rote Roboter und du bist so ein anderer Punkt und die dürfen halt nicht dich treffen und du musst sozusagen so mehrere Felder umranden. Wie gesagt, ihr findet Bilder dazu bei uns auf der Webseite. Das ist total anschaulich, meiner Meinung nach. Und dann, wenn du da diese ganzen Vierecke dann aufblätterst, entsteht halt auch Beefy Roll Snack Zone. Also auch mal wieder so ein bisschen Eigenwerbung für das Spiel. Das ging eigentlich. In der Zukunft sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da gibt es nämlich in der Zukunft gibt es ein Minispiel. Obwohl, ja, das war gar nicht so wild, das in der Zukunft. In der Zukunft macht man dann auch so ein paar Sachen, trifft unter anderem Marsianer, fand ich sehr geil. Man trifft einen Spock, der einem ein Rätsel gibt über so ein paar Fragen und je nachdem, wie viel man richtig beantwortet, kriegt man unterschiedlich Geld. Dem Marsianer muss man helfen, wie sie nach Hause kommen. Gar nicht mehr, die wollen nicht nach Hause, die wollen zum Neptun und wie sie zum Neptun kommen, denen muss man dann einfach aufsagen, an welchem Planeten sie vorbeifliegen. Man kommt dann aber später, wenn man da so noch ein paar andere kleine Aufgaben erledigt hat, kommt man später in das Museum, Snackmuseum und dort ist im Keller, ist dort ein Museumswärter, der erzählt einem so ein bisschen was und sagt dann im Endeffekt, ja, hier, fahren wir nach oben durch die unterschiedlichen Stockwerke, rollen dort ein bisschen auf und da hast du dann so Verschiebepuzzle. Da musst du dann so mehrere, so kleine Logik-Rätsel, musst du halt so Kisten auf bestimmte Plätze packen, die einen Kisten müssen halt auf die einen auf die grün hinterlegen, die anderen Kisten müssen auf die rote hinterlegen und das geht halt über fünf Level, wird natürlich auch immer schwieriger. Man kann sich da auch mal ganz leicht so ein Level verbauen, da muss man halt nochmal den ganzen Level nochmal spielen, wenn man das gemacht hat. Das geht eigentlich. Aber wenn du dann das geschafft hast, du bist in der Zeit wieder zurückgereist, weil du das Rezept gefunden hast im Snackmuseum, dann musst du mit diesem Rezept noch in der Gegenwart wieder, also in der Gegenwart von 1993, musst du dann noch wieder in die weltbekannte Straße, weißt du noch, wie sie heißt, die weltbekannte Straße, wo in Ansberg die Eiber, Eiber, irgendwas. die Eiberstraße in Ansberg musst du dann wieder ansteuern und du musst dort noch mehrere Physik-Rätsel lösen, also wo du Schaltkreise zusammenbaust mit Verzögerungen und sowas, wo die, so funktionieren Würstchen-Produktion Meiner Meinung nach brauchst du ein halbem Elektrostudium, um die hinteren Hauptbahn fertig zu machen. Und es ist natürlich auch niemand da, der einem dabei helfen kann, weil da arbeitet ja keiner, denn das Rezept ist weg. Weiß nicht, also ich fand da war der Schwierigkeitsgrad ein bisschen unausgewogen beim letzten Rätsel und generell fand ich war halt der Schwierigkeitsgrad Unterschied zwischen den einzelnen Rätseln doch schon irgendwie ein bisschen sehr stark, weil wenn ich mich richtig erinnere, du konntest ja damals auch nicht speichern, also ich habe Sätze im Amiga-Embulator gespielt und haben natürlich mit Quick-Saves immer, also mit Speicherabbildern gearbeitet, weil scheiß auf Ladezeiten. Du konntest ja damals nicht speichern, es hat natürlich vielleicht auch den Wiederspielwert ein bisschen erhöht, aber irgendwann war es ja nur noch genervt davon, wenn du dann irgendwie achtmal irgendwie, du hast achtmal der Mutter irgendwie geholfen, den Schnuller wiederzufinden. Der Spaß hält sich dann irgendwann in Grenzen. Ich denke, wenn man es heutzutage so am Stück durchspiel ohne komplette Lösung, kann man es wahrscheinlich in zweieinhalb Stunden, denke ich mal, spielen. Je nachdem, wie gut man sich daran erinnert. Bei einigen Rätseln wusste ich sofort wieder auch ohne Komplettlösung, bei anderen habe ich jetzt teilweise nachgeguckt, weil ich dann mir auch dachte, ey komm, bevor du jetzt hier... Ich habe mich eh andauernd in der Stadt verirrt und bin falsch gelaufen. Generell finde ich teilweise, sind die Wege zu lang, dass ich nicht direkt über eine Minimap irgendwie auf eine andere Straße springen muss, sondern dass ich wirklich über die ganze Stadt laufen muss. Ich habe deswegen teilweise wirklich und dann kannst dir einiges an Laufwegen sparen und was ich cool fand, wenn du dann mit der U-Bahn in die Zukunft reist, dann verändert sich auch die U-Bahn. Also du siehst sonst bei U-Bahn-Fahrten sozusagen während des Ladebalkens siehst du sonst kurz da so eine U-Bahn durchtingeln und hast halt nochmal einen Ladebalken. Aber wenn du dann in die Zukunft reist und in der Zukunft zum Beispiel hin und her reist, dann siehst du so eine total moderne U-Bahn fand ich eigentlich ganz geil. Wie man die sich 1993 vorgestellt hat. Zukunft an sich ganz geil außer halt die Musik. Weil sonst so, ich fand es total lustig, dass sie dann irgendwie so mit Spock, den du triffst und so, dass sie da halt solche Sachen... Weil die sie wahrscheinlich auch keine Lizenz hatten. Ja, der hat ja nicht gesagt, hey, ich bin Spock, sondern der sah halt so ein bisschen, also man kann drin erkennen, so ein blauer Anzug, so ein Star Trek-blauer Anzug, man sieht so spitze Ohren, da musst du halt nicht sagen, das ist Spock. Das weiß jeder, der schon mal mehr als eine Star Trek-Folge gesehen hat. Wahrscheinlich war das okay, weil sie ja kein Geld damit verdient haben. Ja, ich vermute, dass da ein Touch of Magic damit schon ein bisschen Geld verdient haben für die Herstellung, aber ja, natürlich wurde es sonst ja vertrieben. Das Spiel hat dann auch, wir gehen jetzt nicht auf die einzelnen Rätsel ein, ihr findet sonst auch, verlinken wir uns sonst auch bei uns auf der Webseite, Links zu der Komplettlösung, falls ihr es also wieder spielt und ihr irgendwo nicht weiterkommt, bei den Minispielen bringt euch die Komplettlösung nichts, zumindest die, die wir dort verlinken, bringt euch das nichts, aber sonst finde ich dort einfach, falls ihr mal irgendwo hängt, was natürlich passieren kann, ist mir auch passiert, als ich es gespielt hatte und dann ist mir nicht verkehrt, mal in kurz eine Komplettlösung reinzugucken, weil man vergisst vielleicht schon mal den einen NPC. Ich habe mich an sehr viele Charaktere wiedererinnert, aber was die jetzt von mir wollten, da muss ich tatsächlich jedes Mal wieder hingehen und dann eben mit ihnen sprechen und ja, also die Rätsel habe ich, beziehungsweise die Aufgaben hatte ich alle komplett vergessen. Aber zum Ende ist es halt so, ohne da zu viel zu spoilern, natürlich, wie gesagt, wir retten die Beefy Roll Produktion und die schreckliche Zukunft ohne richtige Snacks ist abgewendet. Nur um es euch zu sagen, auch wenn wir nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk sind, es gibt auch andere Snacks außer Beefy. Ich habe vorhin aber schon sagte, ich habe immer das günstige Alternativprodukt von Aldi bekommen. Ja, es gab auch sicherlich damals bei anderen Supermärkten und Discountern auch andere Produkte. Aber toll finde ich, wenn du das geschafft hast, es gibt so einen Abspann. Man erfährt noch was, zum Beispiel, was Lukas später, äh, mit Lukas später geschieht. Wenn ihr das wissen wollt, findet ihr dazu Bilder bei uns auf der Webseite und vielleicht seht ihr dort auch, was Lukas später macht. Vielleicht auch nicht, weil wir euch vielleicht nicht spoilern wollen, das Spiel ist ja auch gerade erst 31 Jahre alt. Man erfährt auch was über die Merkoreaner, oh, Entschuldigung, ich habe mich gehört, es waren nicht die Marsianer, sondern die Merkoreaner, die zum Neptun wollten und die natürlich dann auch Beefy produzieren und auch die weibliche Hauptdarstellerin dieses Spiels kommt vor, die Blondine, so heißt sie dort, die gewinnt sogar auch einen Rollerskating-Wettbewerb. Also es ist bestimmt, dann ist das bestimmt dieselbe wie aus, ähm, äh, California Games. Und hat sich in Lukas verliebt und wartet darauf, dass er zurückkommt. Man findet auch einen Bauarbeiter und erfährt noch mit dem, was er später gemacht hat. Also es ist eigentlich ganz, ist eigentlich, wie gesagt, ganz lustig. Auch hier hast du wieder so verkettete Quests. Du musst, wir spoilern euch, wie gesagt, 31 Jahre altes Spiel. Du brauchst ja für die Blondine später noch die Schallplatte, nachdem du ihr zweimal Schmuck geschenkt hast. Um an die Schallplatte zu kommen, die wird von Bienen beschützt. Für diese Bienen brauchst du Honig. Der Honigmann hat einen kaputten LKW. Dafür brauchst du Werkzeug, das bekommst du von dem Bauarbeiter. Der Bauarbeiter ist richtig hart am Arbeiten gewesen und will jetzt nicht ein Bier, sondern will einen Lippen Eistee, den du aus dem Kino bekommst. Ich glaube, das ist aber auch mit die längste Questkette, die es gibt. Also so, wo hole A zu B zu C, nach D, nach E, nach F, nach G, bekommst du das, was du willst. Weil mit der Schallplatte gehst du dann ja wieder zur Blondine, kriegst ihre Rollerskates oder heißt das noch Rollschuhe? Also entweder statt der Inliner oder... Rollerskates. Ja, nee, Rollerskates. Ich hab grad nochmal nachgeguckt, im Abspann steht Rollerskates. Genau. Also die meisten Questketten sind halt ein bisschen einfacher. Weil mit den Rollerskates, damit musst du ja zu den Jungs hin. Was sich halt spannend stand, Beefy Roll Snack Zone war ja ein recht erfolgreiches Spiel. Es gab noch einen zweiten Teil, Beefy Action in Hollywood zum Beispiel. Reden wir vielleicht ein anderes mal drüber. Aber generell war das so diese Zeit ab 93, ich würd so sagen von 1992 bis 96, war eine Zeit, wo es sehr, sehr viele Werbespiele damals gab. Damals haben sehr viele Firmen irgendwie entdeckt, so ey, Videosysteme, sei es nur eine Amiga oder der PC, sind jetzt irgendwie zu Hause und gerade vielleicht, wenn du eine junge Zielgruppe ansprechen wolltest, hast du damals vermehrt halt ein Werbespiel rausgebracht. Weil wenn man nämlich guckt, was die Entwickler an diesem Spiel, auf die wir gleich auch noch kommen, was sie auch noch gemacht haben, die haben solche Spiele gemacht, wie das Telekommando kehrt zurück, Backstage, Karamals Cup, Black Gold oder Geheimprojekt DMSO. Es gab aber auch Werbespiele von der Sparkasse, ich glaub mit Victor Looms war das, von der, ich glaub Deutschen Bank oder Postbank gab's auch eins. Also das waren alles so von, so würde ich sagen, so dem späten Anfang der 90er, also so von 92, so bis 96, 97, gab's wirklich eine riesige Schwämme, würde ich sagen, an Werbespielen in Deutschland, die halt auch alle quasi gleich vertrieben wurden, also sprich, kostenlos auf der Kette, du konntest sie frei kopieren, waren halt natürlich Vollmitwerbung für das bestimmte Produkt. Wie gesagt, Art Department hatten wir ja schon in der Mohun-Folge, aber hier haben wir jetzt noch fünf Entwickler, wo wir zumindest zwei, drei vorher erwähnen wollen. Art Department, hatten wir damals auch in der Mohun-Folge, ist auch ja von Leuten gegründet worden, die früher bei Starbite gearbeitet haben. Starbite, vielleicht, wenn ich dich frage, welche Spiele von Starbite kannst du mir direkt nennen? Warte, ohne jetzt abzugucken, warte, das waren noch die von der Winzer, oder nicht? Genau, von Winzer oder Rings of Medusa. Ich glaube, da habe ich gar keine Erinnerungen dran. Okay, aber Winzer hast du Erinnerungen dran? Aber Winzer, ja. Winzer war das, wo ich immer total motiviert war und noch eine halbe Stunde ausgemacht habe und dachte, das ist mir zu doof. Bei Winzer hatten wir irgendwann sozusagen so ein Blauschema, was wir halt, wenn wir die Anbauregion gewählt haben, was wir in der Anbauregion und wenn dich dann im ersten Jahr nicht das Wetter geärgert hat, bewusst jetzt geärgert gesagt und kein böses Wort in den Mund genommen, dann war das eigentlich total, eine total einfache Wirtschaftsimmunation. Aber hat mir damals trotzdem viel Spaß gemacht. Aber mehrere dieser Starbite-Leute haben dann halt später auch mit bei Art Department gearbeitet. Und an diesem Spiel gibt es fünf Leute, die ich namentlich nennen will. das ist Simon J. Hardy Francis, Ingo Mesche, Oliver Stiller, René Straub und Rudolf Stember. Und der Rudolf Stember hat eine besondere Position drin. Der war für Sound und Musik zuständig. Hat später jahrelang mit bei Factor 5 gearbeitet, was ja ein deutsches Studio ist, was dann recht früh nach Amerika gegangen ist und dort zum Beispiel für Nintendo viele Star-Wars-Spieler umgesetzt hat. Aber der Rudolf Stember hat nicht nur für Nintendo Star-Wars-Spieler umgesetzt, sondern war gerade zu Beginn der 90er war da extrem umtriebig und hat damals war ja das war ja eigentlich noch so eine Zeit, da kann man schon sagen, Musik und Sound gab es ja schon im Spiel. War jetzt ja häufig sowas, was irgendwie vielleicht nicht eine extrem hohe Priorität hatte. Die Firmen hatten deswegen nicht unbedingt festangestellte Musik- und Sound-Designer, sondern das waren häufig Freie. Also sowas wie Chris Hülsbeck hat ja zum Beispiel auch extrem viel Musik gemacht, Hurricane und sowas kennt man ja alles. So ähnlich hat Rudolf Stember auch gearbeitet, der war ein freier Angestellter und hat das ist total krass. Also wenn man die 90er, bevor er zu Factor 5 gegangen ist, wenn man sich das anguckt, dann hatte er The Curse of Raw, das war ein, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, war das ein Top-Down-Puzzlespiel. Der hat bei Secret of Monkey Island hat er am Amiga die Umsetzung der Sound und Musik gemacht, die vom PC kam. Was ein ganz schweres Ding war, weil auf dem PC hatte das Spiel zu viele Soundkanäle, was für ihn auf dem Amiga mega viele Probleme gemacht hat. aber er hat später hat er an 91 mehr TV hatten wir. Haben wir auch einen Podcast zu, findet ihr zum Beispiel bei uns auf der Webseite unter www.spielarchäologen.de. Er hat mit am Patrizia gearbeitet für Escaron, auch wieder als freier Mitarbeiter. Er hat an Karamalskarp Telekommando kehrt zurück, Anstoß, Anstoß World Cup Edition, Software Manager, Hanse die Expedition, Tony and Friends in Kellogg's Land, da hatten wir auch wieder ein Werbespiel. Er hat an Indiana Jones Greatest Adventures, das müsste der Anfang von seiner Faktor-5-Tätigkeit gewesen sein, gearbeitet haben. Dann hat er an Rebel Soul 2 Hidden Empire hat er LucasArts ausgeholfen. Er hat an X-Ring vs. TIE Fighter mitgearbeitet, auch wieder Soundtechnik. Er hat an Star Wars Episode 1 Battle for Naboo Indiana Jones und die Infernale Maschine Resident Evil 2 war er auch als Musiker mit dran beteiligt. Rook's Gradron 3 noch einige andere Spieler unter anderem auch Mega und Super Turrican. Es gibt ein total langes Interview, das haben wir auch für euch auf der Webseite verlinkt. Bei Cult Boy mit ihm ist schon 5 Jahre alt aus dem Jahr 2019. Da geht es halt drum, was er so alles gemacht hat, wie das damals funktioniert hat, wie das war mit Chris Hülsbeck oder wie es ist, mit Chris Hülsbeck zusammenzuarbeiten. Total lesenswert, kann ich nur jedem empfehlen, ist bei Cult Boy und sie hat ein super Interview, ganz viele einfach so Kleinigkeiten, da steht zum Beispiel auch diese Monkey Island Geschichte, warum er teilweise fast dran verzweifelt ist, das für einen Amiga so umzusetzen, wie das war, für ihn nach Amerika zu gehen, diese ganze Factor 5 Geschichte. Er hat auch zum Beispiel für DSA, das Schwarze Auge, hat er auch mit an den Sounds gearbeitet. Also es ist ein super tolles, echt langes Interview, kann ich euch nur empfehlen, euch das einfach anzugucken und das ist halt von den Leuten, die in diesem Spiel gearbeitet haben, der es glaube ich am weitesten geschafft hat, die anderen blieben teilweise noch mehrere Jahre bei Art Department und haben halt entsprechend an die ganzen Art Department spielen damit gearbeitet, also auch dann später wohl auch mal ein, zwei, vielleicht auch ein, zwei haben wir auch mal Sachen fürs Mohun gemacht. Mittlerweile ist Rudolf Stemper wohl, wenn ich es richtig gesehen habe, für Bethesda in der Lokalisierung tätig, macht also immer noch was mit Videospielen, halt nicht mehr unbedingt so soundtechnisch. Fjalk, gibt es noch was, was du zu Beefy Roll Snack Song erwähnen willst, musst, möchtest? Nie, also alles, was ich noch erwähnen möchte, würde ich dann in mein Fazit packen. Dann würde ich sagen, leg los. Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei nur das schlechteste Spiel aller Zeiten und 10 das beste Spiel aller Zeiten ist. Wie viele Punkte würde es im Spiel geben und warum? Ich habe mich für 6 Punkte entschieden, weil es ist gar nicht so kacke. Die Grafik ist noch ziemlich okay, der Sound ist gut, so weit, wie es gespielt hat jedenfalls. Vielleicht ist da auch noch ein kleiner Bonus-Nostalgie drin, weil ich hatte wirklich komplett vergessen, dass ich dieses Spiel gespielt habe und ich habe beim Spielen die ganze Zeit gedacht, stimmt, das war so und so. Ach ja, stimmt, das habe ich ja damals genauso gemacht und spätestens als ich dann diesen Werbetetitel gesehen habe mit der Diskette, habe ich gedacht, die hatte ich ja wirklich, diese weiße Diskette, die komplett rausgestochen ist, weil entweder waren Disketten damals schwarz oder blau und plötzlich war da so eine weiße mit so total aufwendigen Aufkleber drauf und dann war auch noch dieses Metall-Schiebe-Ding, das vor dem vor der Scheibe drin war. Da stand auch noch was, blöder Werbespruch, aber trotzdem, das war auch noch bedruckt, Wahnsinn. Vielleicht ist da noch ein Punkt Nostalgie reingeflossen, aber ich bin da bei sechs Punkten gelandet und es ist nicht, also für ein Werbespiel eigentlich ist es ganz gut. Also man hätte ja auch irgendwas Billiges machen können und ich finde, dafür haben sie sich echt noch ein paar nette Gedanken gemacht, so von der Story her und gut, wie gesagt, die Minigames habe ich jetzt nicht machen können beziehungsweise hatte die den falschen Joystick dafür. Ja, aber für ein Werbespiel eben doch sehr unterhaltsam und gut gemacht. Dann schließe ich mich doch an, ich hatte jetzt nach dem Spiel keine Lust auf Beefy, was aber vielleicht eher daran liegt, dass ich Beefy heutzutage echt nicht mehr aufstehen kann. Nicht, weil ich zu viel gegessen habe, sondern weil das weiß ich nicht, das ist einfach so ein Plastikwurst-Geschmack. Das war halt unterhaltsam. Die Rätsel an sich sind logisch nicht zu leicht, finde ich, aber kann man auch so ganz gut lösen. Die Minispiele, wie gesagt, aus heutiger Sicht, weiß ich nicht, ist mir halt irgendwie zu unausgewogen, der Schwierigkeitsgrad. Gerade beim Rollerskaten schaut, dass ihr definitiv einen richtigen Joystick und kein Gamepad benutzt, macht vieles einfacher. Das letzte Minispiel, äh, nee, nee, warum? Aber sonst, ich würde dem Spiel auch einfach eine 6 von 10 Punkten geben, weil es ist ein Werbespiel, ich fand's damals, hat's mir Spaß gemacht, das Beefy-Action in Hollywood war viel besser, kam aber halt auch erst später raus, also man sieht da auch meiner Meinung nach einen leeren Effekt. Vielleicht hatte Art Department und vielleicht hatten sie auch dann einfach mehr Geld zur Verfügung, ich weiß es nicht. So auch für eine Runde zwischendurch, um diese alten Erinnerungen wieder zu wecken, kann ich es auch immer noch empfehlen. dementsprechend 6 Punkte fand ich auch mehr als verdient. Dann sind wir aber auch heute am Ende angekommen, ähm, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, ich gönne mir jetzt alles Mögliche, aber keine Beefy-Roll und sag, bis dann. Ja, beim nächsten Mal dann Vorwerk oder Fariboh, dann wir gucken mal, irgendwas finden wir schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.